Herzlich Willkommen zu unserer fünften Folge der lockeren Reihe Haiku Meditativ. Mein Name ist Lukas Wilkmann und ich bin Zen-Lehrer der Zen-Linie Leere Wolke, die von Willegis Jäger gegründet worden ist. Und mit diesem Video, mit diesem kleinen Filmchen, möchte ich dir die Gelegenheit geben, einfach mal ein paar Minuten quasi anzuhalten, ein paar Minuten Ruhe einkehren zu lassen, zu entspannen, abzuschalten. Ich werde dich jetzt gleich in eine ganz kleine stille Phase einführen, die du im Sitzen durchführen kannst. Und am Ende der Stille, nach so circa zwei, drei Minuten, werde ich das kleine Haiku bringen. Ein japanischer Dreizeiler, natürlich auf Deutsch gesprochen, der uns in dem Moment führen soll. Und am Ende erklingt dann wieder die Klangschale und dann ist diese kleine Zeit von vielleicht insgesamt vier, fünf Minuten beendet. Ich wünsche dir viel Freude dabei und auch ein gutes Ankommen bei dir selbst. Und lass dich einfach mal diese paar Minuten auf Stille und Präsenz ein. Du schließt deine Augen und sitzt aufrecht. Und spürst deinen Atem. Sitze aufrecht und gelöst und spüre das jeweilige Ausatmen und Einatmen. Alles andere ist jetzt unwichtig. Sei bei dir und lausche in die Stille. bathrooms. Pfיט. Pf出來. PfPeople. Pfui. Pa! Pf. Pf. Pfing. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Mein kleiner Garten, voll von September-Wärme. Stille und Frieden. Komme langsam wieder zurück, bewege dich ein wenig, atme tief, öffne wieder deine Augen und sei wieder ganz klar und ganz da im Alltagsbewusstsein. Und ich hoffe, dass dir diese kleine Stille, dieses kleine japanische Kurzgedicht gefallen hat. Und gerne darfst du ein Like senden und du darfst natürlich gerne dir meine anderen bereits produzierten Heiku-Meditativ-Videos anschauen. Und auch gerne diese Links weitergeben an andere Leute, die sich für Heiku interessieren, die so begeistert von Heiku sind wie ich und die vielleicht auch etwas Stille nötig haben, von denen du denkst, die haben Freude an Meditation, an bei sich ankommen. Dann würde ich mich freuen, wenn dieses Filmchen häufig verteilt wird. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei unserer Serie Heiku-Meditativ.